Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem niegelnagelneuen CSGO Gambling Video. Das ganze ist aber 18 Jahren oder älter, halte ich dran spielen, wenn du nicht vorig bist und das Geld auch nicht hast, was du hier reinpumpen würdest. Herzlich willkommen zurück auf CSGO. Wir sind wieder back und werden natürlich ein bisschen hemmen gehen. Ich habe bisher keinen Code bekommen, keinen Special Code, aber so oder so solltet ihr immer den... Ist das dasselbe? Im Deposit-Bereich einfach den Affiliacode dadurch eingeben. Vielen, vielen Dank für den Support. Desto mehr da kommt, desto mehr Videos machen wir hier und ich freue mich natürlich, weil ich habe hier schon viel Spaß, obwohl die letzten Folgen nicht so mitgelaufen sind. Gut. Ja, nee, das ignorieren wir mal, das ignorieren wir mal, das ignorieren wir mal. Hier haben wir ziemlich gut abgerissen beim letzten Mal. Warte mal. Wieso kann ich nicht betten? Achso. Hallo? Hä? What? Ich habe doch Kohle. Oder geht das nicht, weil das in der Promo-Wallet ist und ich da erstmal einmal durchjuckeln muss? Ja, vielleicht muss ich erstmal quasi deconverten oder so, weil das halt natürlich einfach... Das ist was strange. Dass das nicht geht. Das ging doch sonst, oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht eben? I don't know. Wir machen direkt erstmal ein Battle und gucken mal, was so geht. Ähm, wir machen mal diese Kisten, geh mal vom Preis ein bisschen gediegen und nimm uns mal den Spaß hier rein. Crap Battle. Okay. Gucken wir mal, wir haben 6 Cases im 1v1. 1v1. Mhm. Mhm. Gucken wir mal ein Knife ziehen auf unserer Seite, hm? Kein Knife für uns. Come on. Give Knife. Hm? Oh. Als wenn das so ein bisschen gerade rübergekommen wäre. Ha! Letzte Case. Wir hatten 40% auf Knife. Komm, gib mir ein Knife. Wir haben ein bisschen minimal Damage Control. Knapp 80$ wieder zurück. Hälfte haben wir quasi. Alrighty, alrighty. Dann machen wir was anderes. Dass man das immer wieder umstellen muss, Junge. Junge, why? Hm. Hardened. Die ist low, was Volatility angeht. Die Serpent Case ist relativ hoch in der Volatility. Wir nehmen die mal rein und die Gangnear Case mal rein. Das ist unser Battle. 368. Ja, das ist nicht ohne, aber wir können ja mal gucken, ob das was wird. Come on. Come on. Okay. 14 coins, 40. 52 Dollar kostet die Case. Oder 52 Coins kostet die Case. Der Mac 10. 29. Okay. Gib mir ein AK. Come on. 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 Fortsk Million. Ich soll einen Spot offen lassen. Können wir gerne tun. Wir warten kurz ab. Ob jemand reinkommt. Big enjoyer ist drin. Good luck. To us. Ganz stark hier bei uns. Absolut grandiose Performance. Okay. Das sind 28 coin case. good life wo sind hier das good life 50 na ist es der track sehr gut der chat ist immer so krass aktiv hier ist voll voll cool auch ja ja natürlich ich raste aus ok mr big enjoyer kommt mit einem kleinen save um die elke in der letzten case jetzt bin ich dran mit der royal kingdom das ist jetzt meine case hier werde ich die guten sachen polen das kannst du erst mal gerne übernehmen her zum start ist okay ich sag nix lag da vielen dank vielen dank übrigens dass ihr da im chat zu aktiv sein ich sehe es ist knapp 100 coins unterschied wir liegen in führung und die ich muss was reißen die mir die shadowdeckers komm an ich bin versagt weil ich versagt habe im versagt weil ich versagt habe 615 hat es gezahlt bei 300 coin battle my bad my bad my bad god damn it welche kiste soll es sein die hier ready i guess ich lass mal offen big enjoyer kommt zurück zu mir kommt auch irgendjemand anders rein wahrscheinlich ne das wort gecallt und zwar von big enjoyer himself die saus ruhe gegangen ich dachte wir stehen drauf ja ok aber die kiste an sich ganz interessant fire serpent und so drin ok oh mein gott wenn der rüber gegangen wäre aber 233 strong 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 sind bei 409 kommen ja da sind wir wieder ich habe es gerettet diesmal war ich der carry let's go ok 613 jetzt run it back run it back falls er will ich meine er hat ja was bekommen wir noch 921 coins gibt uns die feierstabend ok ok guter start 176 oh strong 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 wow ok und er hat 21 cent geanboxd jungs unbox mal was hier kommen absolutely not also hier ein bisschen was ok big dub das ist strong wir sind wieder bei 1 8 haben wir hart gecarried ja komm einmal geht noch einmal geht noch das letzte mal das letzte mal das battle wir brauchen die gloves gib mir die gloves oder big enjoyer die gloves come on absolutely nothing wir liegen ziemlich weit hinten also was heißt ziemlich weit in er hat zwei pols hier noch keine komm es ist ja okay oh mein gott oh mein gott was war denn das für ein double pull krass gibt's noch eine bessere feier ich habe sogar noch mal was gepult aber da haben wir richtig rein gerübte guck mal da steht dass ich die geanboxd habe aber sie gehört mir zum ende hin nicht das schon richtig eine miese geschichte lass uns mal in die kiste solo reingehen ich will mir die mal angucken oh mein gott oh mein gott haaa ok das ist unser battle hier das ist unser battle hier god damn das ist so eine 20 prozent chance ungefähr da was schon für wixer naja will aber lieber solo aufmachen zu be honest aber vielleicht kannst du gute battles machen ja gucken wir mal schauen wir mal easy bro now you gonna carry das war fast ein gut call und wenn nur so gut live drin hier und man auf der rechten seite die kranz hier kommen ja nothing to be found ziemlich antiklimatisch was die letzte case nebula nightfall nebula nightfall das war ziemlich ass holy damn war das battle schlecht yikers das war richtig bad brodie friendship is over wie kann das medium volatility sein alter komm wir machen fünf stück auf machen fünf stück auf ok alter wenn das big symbol kommt ey das kann natürlich richtig scheppern come on big 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 oh no gib mir jedenfalls einen hit das irgendwie die hälfte des money zurückbekommen nebula letzte case oh mein gott 5 cent ich hab hm we gehen mal hier rein von mister tree schauen wir mal das was wird ansonsten glaube ich mache ich gleich ein solo kranz only battle im 1v1 ich glaube dass es the way to go Oh damn. Verschiedene Conditions. Okay, die ist nicht so teuer, wie ich dachte. Ich dachte, die wäre deutlich teurer. But alright. We can do it. Wieso muss er die auch pullen? Wir wären echt nah dran gewesen wieder. That's the case. The covered operation. Come on! Ich weiß nicht. StatTrackFN? Wenn die nicht 40 gewesen wären, wären wir da gewesen? Ich weiß es gar nicht. Okay, pass auf. Wir machen 1v1 Battle mit der Kranz Case im All-In. Das ist mein Call. 8 Cases. 561 Coin Battle. 3 Let's go. Come on! CS-CO-BUG. Ja? Ich weiß, ihr könnt den Code Darsha eingeben, wir werden häufiger Videos machen, aber natürlich müssen wir auch Sachen pullen, damit wir am Ende auch Skins im Inventory haben, beziehungsweise Balance haben. Come on. Darsha, all in. Hell yeah! Come on. Darsha, I'll give you the luck right now, alright, alright, I'll take it, nope, nope, no, no, oh shit. 8 Cases. Gib mir ein Item von der Top Row, die wir da gesehen haben. Oh shit, okay. Come on. Bleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleibbleib! Banger! There it is! Ah, nevermind. Warum war die eben gerade? Hey, wait, what? Ich dachte, das ist die 1K-Geschichte. Hä? Warte, ich muss gleich mal investigieren. Die Battlescard, die gibt's noch im FN? Was ist das für eine miese Brise? Gibt's die noch im FN? Ich hab mich halt hardcore selbst gebaitet. Okay. Wir haben's. Nicht the biggest win, aber ein win ist ein win auf jeden Fall. Ich meine, doch. Ist ziemlich groß. 561 hat's gekostet. 1.144. But wait. Huh? Wir haben die hier gepolt. Wir haben die hier gepolt. Okay. Wir machen den Unsinn. Ähm. Ich skippe... Ah. Skippe ich? Nein, wir skippen nicht, oder? Nein, 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 nein. Wir lassen das durchlaufen. Okay, also. Lasst ein Like beim Video da, wenn euch das Ganze unterhält. Übertreibt's nicht. Macht eure Pausen. Und ähm. Ja, abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen. Okay, come on. Das ist es nicht. Okay, 93 ist noch kein Big. Das ist schon mal gut zu wissen. Gib mal ein Big. Big. Come on. Wir skippen den jetzt. Ich hab den richtigen geskippt. Okay. Come on. Big Spin. Please. Komm schon. Komm schon. Okay. Die ist also drin. 176. Okay. 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 Hab ich mir schon fast gedacht. Ich hab halt gehofft, dass es vielleicht nicht der Fall ist. All righty. All righty. All righty. All righty. All righty. Come on. Yup. Okay. Wir sind wieder da. Come on. Please. 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 Der Sticker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Katowice Sticker wär so krank gewesen. Okay. Skipperoni. Come on. Die Leute denken ich wär fertig. Okay. Das war ein Skipperoni. I'm sorry. Nix. Come on. Wir brauchen noch Puls. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht so super gut davor. Come on. Come on. Oh oh. Come on. Wollte ich zu viel. Skip all. Oh. Das war so bad. Damn. Das war so bad. 545. Hä? Achso. Weil wir nicht mehr aufmachen können oder was? Wir skippen alle. Okay. Wir haben Big. Bei der 5 von 7. Der muss huge werden. Flipknife. Come on. Flipknife. Flipknife. Gloves. Skip. 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 Okay. Ich wusste es. Ich wusste es. Und der wird huge. Der wird huge. Kutsch. Ehh. 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 Bessere Condition. Okay. Ehh. Okay. I don't know. Das ist ein Auf und Ab der Gefühle, Leute. Was soll ich sagen? Ich bin bei 700. Oh boy. Oh boy. Okay. Ja komm. Dann machen wir es nochmal. Also die Case wird heute durchgenommen. Die ist richtig nice, weil die halt so... Ja. Die kann halt was. Weißt du? Confirm. Das letzte Battle. Das letzte Battle ist ein 2v2. Come on ey. Das war grad echt nicht schlecht. Komm schon. Come on. Mit PvP Button am 9. Bring mich auf über 1500 Coins. Ja. Mindestens. Die Gloves. Okay. 300. Nice. Good pull. Good start. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Sehr gut. 233. Träumchen. Keep on going. Jetzt bin ich wieder dran mit hinten. Entweder wir hinten beide oder einer von uns beiden. Ja. Bleib. Okay. Einer von uns beiden hittet immer. Jede Runde. Come on. Let's get it. Let's get it. Come on Cesco back. Jetzt bin ich dran. Okay. Du bist dran. Ist okay. Du bist dran. Ist okay. Einer von uns beiden hittet immer. Let's go. Einer von uns beiden hittet immer. Let's freaking go. Oh. Hälfte ist rum. Come on. Einer von uns beiden hittet. Einer von uns beiden hittet immer. Weiter so. Come on. Okay. Es musste irgendwann vorbei sein. Aber es ist gut, dass sie auch was kriegen. Ja. Die donaten uns richtig hart rein. 800, 858 und 600 zu 200 und 200. Come on. Wir sind wieder da. Und ein bisschen mehr Juice. Ja. Alright. Let's go. Zwei Cases noch. Give me 5-7. Okay. Wir haben die Deagle nochmal. Alright. Letzter Case. Come on. PPP number three. Pull du noch was für 233. Hier die Deagle oder so. Alrighty. Dann wird hier nochmal die. Mua. Das war doch ein Battle. Nach meinem Geschmack. Ha. 1427. Nicht ganz 1500 Coins. Aber. Das können wir dabei belassen. Das ist fein. Ja. Absolut fein. Absolut fein. Vielen, vielen Dank für den Support. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Like da. Abonniert den Kanal. Und natürlich den Code da auch schon geben. Aber. Falls ihr noch nie gespielt habt. Macht es gar nicht. Und macht eure Pausen. Und übertreibt es nicht. Danke. Ich wünsche euch was. Tschüss. Mach das.